Leute, ihr wisst, ein guter Start ins Leben schafft einen Vorteil von Beginn an. Schneller, gesünder, effizienter, ertragreicher. Unnötig zu erwähnen, dass dies hier eines der wichtigeren Videos zu unserem wunderschönen Hobby ist. Wir erklären gleich eine wichtige Frage nach der anderen, gefolgt von einigen kleineren Fragen. Am Ende des Videos wisst ihr ganz genau, wie ihr euren Grow ideal startet. Erste große Frage, welches Substrat ist das Beste zum Keimen? Zu dem Thema gleich mal die gute Nachricht. So ziemlich jedes Substrat da draußen, das als Keimmedium angeboten und beworben wird, bietet, sofern richtig angewendet, wunderbare Keimraten. Wer in irgendeiner Art von Hydrokultur oder Kokos groan will, nimmt Steinwolle oder Easyplugs? Die Easyplugs fanden in den Kommentaren zum Video zu diesem spezifischen Thema übrigens einiges an positiver Erwähnung. Ich nenne sie daher auch als relevante Option für Grows in Erde. Und die meisten von uns groan mit Vorliebe in Erde, die weiteren Optionen dafür sind. Direkt in Aussaat-Erde oder auch leicht vorgedüngte Light-Mix-Mischungen. Funktioniert beides wunderbar. Mein wiedergefundener Favorit, und ihr habt mir das in den Kommentaren zum spezifischen Video überwältigend bestätigt, sind Chiffys. Funktionieren genial und sind in Sachen Handling und Komfort einfach herrlich. Mehr dazu gleich. Die Wahl des Aussaat-Mediums ist zu einem hohen Grad ganz einfach Geschmackssache. Zweite große Frage, welcher ist der richtige Feuchtigkeitsgrad des Aussaat-Mediums? Auch hier gleich mal die gute Nachricht. Es geht nicht um Milliliter genaue Mengen. Hanf keimt in einem angenehmen weiten Spektrum an Feuchtigkeit. Was ich bei meinem kleinen Experiment zu diesem Thema aber herausgefunden habe, ist, dass nass bzw. zu feucht wesentlich problematischer ist als trocken. Ein wenig Trockner hat beim Versuch ähnlich gut funktioniert wie die gesunde Mitte. Konkret, ich habe zu dem Thema Versuche mit Erde und Chiffys gemacht. Das beste Feuchtigkeitsniveau für Erde ergab sich, wenn man ein Viertel des Volumens an Wasser pro verwendetem Volumen Erde hinzugibt. Also für 1 Liter Erde 250 Milliliter Wasser. Für einen halben Liter Erde 125 Milliliter Wasser. Für 300 Milliliter Erde 75 Milliliter Wasser. Ich denke ihr versteht. Bei jenen Chiffys, die ich verwendet habe, mit 44 Milliliter Größe, ich verlinke euch genau die unter dem Video, ergeben ziemlich genau 25 Milliliter Wasser pro Chiffy ein sehr gutes Feuchtigkeitsniveau. Das mögliche Spektrum war aber wie gesagt angenehm weit. Also auch wenn ihr zum Beispiel etwas kleinere wie die hier nehmt und 2 bis 3 Milliliter abzieht, seid ihr immer noch ziemlich ideal unterwegs. Ach ja, und um das Feuchtigkeitsniveau einigermaßen stabil zu halten, sollte man den Bereich um den Samen alle 12 Stunden besprühen. Bei Chiffys sind jeweils 3 bis 4 Sprüher ein guter Ansatz. Für weitere Details zu den Versuchen, checkt gerne das Video. Ist in der Videobeschreibung. Dritte große Frage. Wie tief soll der Samen in die Erde? Auch dieses Thema war eigene Versuche wert. Die schnelle Antwort allerdings 1 bis 1,5 Zentimeter tief. Chiffys haben übrigens bereits eine ziemlich perfekt vorbereitete Einbuchtung. Für Erde habe ich bei meinen Versuchen ein Essstäbchen präpariert. Wurde dann aber freundlicherweise darauf hingewiesen, dass man besser zu sterilisierter Metall oder Kunststoff greift, um eventuelle Kontamination der Erde zu vermeiden. Dankeschön. Vierte große Frage. Wie hoch sollen Luftfeuchtigkeit und Temperatur der Umgebung sein? Als idealer Temperaturbereich gilt weithin 21 bis 25 Grad. Luftfeuchtigkeit zwischen 70 und 90 Prozent. Lässt sich fast immer machen. Ich habe bei meinen Versuchen leider vergessen, das Thermohygrometer in die Anzuchtbox zu legen. Wäre jetzt wirklich interessant. Allerdings wird in der Praxis ohnehin fast immer eins von zwei der folgenden Szenarien der Fall sein. Im Sommer oder in einem beheizten Wohnraum gibt man die Chiffys oder Anzuchttöpfchen in ein Gewächshaus. Unter die Anzuchtbox sollte irgendein isolierendes Material. Temperatur und Luftfeuchtigkeit werden ziemlich sicher innerhalb oder um den Idealbereich liegen. Gleiches gilt, wenn man im Endtopf keimt und über den Topf eine Frischhaltefolie oder ähnliches gibt. Zu dem Thema gleich mehr. Ist es kühler oder das Projekt findet im Keller statt, muss fast eine Heizmatte oder beheizte Anzuchtbox her. Funktioniert in der Regel auch wunderbar. Die Werte werden aber ziemlich sicher beide im oberen Grenzbereich oder etwas darüber liegen. Wie gesagt, funktioniert dennoch sehr gut. Man könnte, wenn man wirklich optimieren will, aber sogar noch ein Thermostat installieren. Ich verlinke euch eins. Ist gar nicht mal schlimm teuer. Habe ich bisher nicht gemacht. Ist aber wirklich eine Überlegung wert. Luftfeuchtigkeit wird mit Wasser auf dem Boden der Anzuchtbox und etwas geöffneten Klappen fast immer im Idealbereich liegen. Ach ja Leute, wenn das Video bisher hilfreich ist. Ihr wisst, der kurze Klick auf den Daumen hat einfach einen so großen Impact. Dank euch. Fünfte, nicht mehr ganz so große Frage. Besser im Anzuchttopf, Chiffy, Easyplug etc. oder gleich im Endtopf keimen? Hat beides Vor- und Nachteile? Ich bin Team Anzuchtbox. Dort lässt es sich einfach besser steuern und regulieren. Hängt aber natürlich auch von den Umgebungsbedingungen ab. Wenn es ohnehin warm ist, kann man durchaus gleich im Endtopf starten. Bei Automatics ist dies die generelle Empfehlung. Ich würde aber selbst mit Automatics im Chiffy in der Anzuchtbox starten und erst wenn der Samen erfolgreich aufgegangen ist, in den Endtopf zielen. So ist man auch nicht unbedingt auf warme Umgebungen angewiesen. Startet man im Endtopf, sollte man halt nicht die gesamte Erde zu feucht anmischen. Also statt einem Viertel Wasser pro Erde, eher nur ein Fünftel oder Sechstel. Und dann den Bereich um den Samen etwas großzügiger besprühen. Wie lange darf die Keimung dauern? Häufig ist die Rede von 7 bis 10 bis 14 Tagen. Aber ehrlich gesagt Leute, wenn sich bei mir bisher nach 5 Tagen nichts getan hat, ist danach meistens auch nichts mehr passiert. Entweder Saatgut oder Bedingungen haben dann einfach nicht gepasst. Ich hatte aber schon Kontakt mit Growern, bei denen wirklich erst nach 10 bis 14 Tagen was passiert ist. In den allermeisten Fällen strecken die Pflanzen ihre Köpfchen aber an Tag 3 oder 4 aus der Erde. Oft schon an Tag 2. Viele schwören auf den Start in Küchenrolle, Watte, Zewa, Taschentüchern, Klopapier. Und ja, der Erfolg gibt den Befürwortern recht. Die Keimraten sind jetzt aber nicht wirklich besser. Man muss nochmal extra mit dem noch empfindlicheren bereits gekeimten Samen hantieren. Ich sehe den Sinn also nicht wirklich. Ich glaube, einen Samen zu keimen darf passieren, wie es die letzten paar Milliarden Jahre auch funktioniert hat. Ähnliches gilt bezüglich der Überlegung, den Samen vorher einzuweichen, also in Wasser liegen zu lassen, muss nicht sein. Wie viel Licht braucht das Seemling, bzw. welcher Lampenabstand? Das ist ein wesentlich komplexeres Thema, als man im ersten Moment glauben würde und tatsächlich demnächst ein eigenes Video wird. Für heute halten wir es einfach. Ihr könnt auch eine BPFD-App, also ein BPFD-Meter, aufs Handy laden und die Intensität auf 200-300 einstellen. Ich habe aber natürlich auch ein paar schnelle, konkrete Angaben für euch ermittelt. Verwendet ihr eine Anzucht-Stecklingsleuchte, wie zum Beispiel die Sunlight Flex 2 10, wären es etwa 15 cm Abstand. Mit der Sunlight Q-ISW DIMM wären es auf minimaler Stufe, also 20% an die 25-30 cm. Mit einer Evo 3 wären es auf 20% an die 35-40 cm. Jeweils zwischen Pflanzenspitze und Lampe, nicht zwischen Dopf und Lampe. Hoffe, das hilft für den Anfang, doch wie gesagt, Lichtintensitäten und Messungen verdienen definitiv ein eigenes Video. Was ist sonst noch wichtig? Hanf ist Dunkelkeimer, heißt man startet den ersten Lichtzyklus erst so 24-36 Stunden nach der Aussaat. Es gibt Indizien, dass zu Beginn ein 20-4- oder 19-5-Zyklus gegenüber 18-6 nochmal leichte Vorteile bringt. Ist kein Muss, kann man aber definitiv machen. Falls jemand denkt, diese kompostierbaren Anzucht-Töpfe sind ja genial, weil man sich das Umtopfen spart, lasst es sein Leute, die Dinger schimmeln wie sonst was. Nehmt stattdessen Chiffies. Verwendet beim Handieren mit Erde und vor allem mit den Samen Handschuhe. Selbst gewaschene Hände können, wie ich belehrt wurde, mit Rückständen den Boden oder direkt den Samen kontaminieren. Alles, was mit dem Samen in Berührung kommt, sollte natürlich sauber, besser noch steril sein. Zwecksoptimierung könnte man auch noch auf die richtige Qualität und Eigenschaften des Wassers achten. Die Samen, mit denen wir handieren, sind ja nicht gerade billig. Da zahlt sich Sorgfalt und Genauigkeit in jeder Hinsicht vielfach aus. Ich verlinke euch natürlich alles Erwähnte, beziehungsweise für die Aussaat relevante, unterm Video. Dort findet ihr auch einen Link zu einem von mir verfassten Gratis-E-Book. Haben mir Mühe damit gegeben, denke, das zahlt sich aus. Sollten Fragen offen geblieben sein oder ich was übersehen haben, ab damit in die Kommentare, wird natürlich beantwortet. Für detaillierte Infos zu den großen Fragen, checkt die eingeblendete Playlist. Nächste Woche beschäftigen wir uns nochmal intensiv mit den Feinheiten, die er inzwischen ja krass populären 3-Pflanzen-Komplettsetzt. Bis dahin, Leute. Macht's gut. Bis dann.